Ja! Schaffst du es, alle Spinnen zu sammeln? Wärm zuerst deine Finger auf. Kreise jedes Fingerbar vor und zurück. Beginne mit der linken Hand. Dann mit der rechten. Jetzt beide gleichzeitig. Starte zuerst langsam. Halte dann 10 Sekunden vorgegebenen Rhythmus ohne Fehler durch. Die Aufgabe besteht aus einem Paket von 4 4-Rhythmen. Im Bild werden die Zahlen eingeblendet, wobei 1 immer der Zeigefinger, 2 der Mittelfinger, 3 der Ringfinger und 4 der kleine Finger ist. und 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 4 Die Finger bewegen sich gegengleich. Eine Hand startet mit dem Zeigefinger, die andere mit dem kleinen Finger. Beginne wieder ganz langsam und steigere erst dann das Tempo. Beginne wieder ganz langsam und steigere erst dann das Tempo. Halte 10 Sekunden im vorgegebenen Rhythmus hoch. Ja! 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 Ja!